Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Dead Space 2. Wir probieren nochmal diese scheiß Stelle. So, probieren wir das Ganze halt noch einmal. Hab ich noch einen Stars zu packen? Ne. Sag mal, danke, Junge. Dann hättest du nicht komm kommen lassen können, ne? Und wo ist der Ernst noch? Schön! Ich hab nicht gesehen, aber hey! Großes Kino! Wieso da auf einmal 3 Statten des 2 waren, aber... Was soll jetzt? Nicht aufregen. Aufregen ist immer schlecht. Schau mal, schau mal an die Stelle hier noch. Hi! So, stimmt. Kommt, wir müssen ja erst den da hinten töten. Den-den-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem. Scheibenkleister. Und töte mich, genau! Hm. Probieren wir das Ganze noch einmal! Äh, schneid's einfach raus. Ach ne, da ist es drin. Welches Kapitel ist das? Das sechste? Hi! Was ist das? Okay. Oh Oh Pastas No, I didn't No, I didn't I'm always running away I'm running away Oh Oh, hi Das ist doch das, was ich wollte So, jetzt hab ich das Mitipack doch umsonst benutzt Naja Das war jetzt Einer Zeig ich doch irgendwann schaffen was Hm, schön Tadam Tadam Und ein paar davon Und ein paar davon So, das sollte erstmal reichen So muss ich jetzt genau lang Ja Ach Ach ihr Hm Hm Wenn die darauf reagieren ist das cool Und ein paar davon Und ein paar davon Ja 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 Danke. Oh. Die Frage, benutzen wir den Energieknoten dafür? Ich denke, ja. Hinter könnte nämlich was Wertvolles sein. Oder auch nichts Wertvolles. Jetzt haben wir aber keinen Knoten mehr, ne? Nö. Aber wir haben viel mehr Platz. Was gut für uns ist. So, wenn wir jetzt mal sagen, wir enden mal die Folge. Ne, Quatsch. Ich glaube, ein bisschen. Wir könnten rein theoretisch schweben. Müssen wir aber nicht. Hier geht's nochmal bitte. Ich habe hier die Woche. Das ist das Beispiel. Oh mein Gott. Ich bin gerade nochmal am überlegen, wo jetzt das dritte war. Warst du hier oben? Nö, anscheinend nicht. Aber da. Oh. Oh. Das sind Gegner. So geht's hier hinten noch lang? Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Gehen wir mal hier hinten durch. Das sollte ja kein Problem sein. Ups. Ah, schön. Aber wir beenden jetzt die Folge und sehen uns in der nächsten. So.